Mein Name ist Hanna. Ich bin 24 Jahre alt. Früher war ich Krankenschwester. Heute erfülle ich fremden Männern ihre Fantasien vor der Webcam. Hi Hanna. Hi. Kitschbeef möchte wissen, wie wird man Webcamgirl? Ich war ja Krankenschwester und habe mich damals schon immer ganz gerne freizügig vor der Kamera gezeigt und hatte damals schon so Shootings mit ein bisschen weniger Stoff und habe dann mit meinem damaligen Exfreund einfach die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, vor der Kamera intim zu sein und haben uns dann auf einem Portal angemeldet und da bin ich dann zuerst mit der Webcam tatsächlich auch gestartet und war damals total schüchtern noch und wusste gar nicht so richtig, was mich jetzt erwartet und saß da tatsächlich so im Jogginganzug vor. Dann hat es mir aber so gut gefallen, dass ich nach drei Tagen glaube ich super entspannt war und dann hat sich das einfach verselbstständigt. Sessi B möchte wissen, wie lief dein allererstes Mal vor der Webcam? Mein allererstes Mal vor der Webcam war für mich super aufregend. Ich saß davor und auf einmal ging auf der anderen Seite eine Webcam an und ja, dann habe ich das beste Stück von jemandem gesehen und war darüber natürlich erst mal so ein bisschen erstaunt, aber irgendwie hat mich das auch richtig gereizt und ich wollte dann wissen, wie es ist, wie meine Reize so ankommen und habe mich dann getraut, auch mehr zu zeigen und so ist dann der Spaß vor der Webcam entstanden. Agent K fragt, empfindest du Lust, wenn du campst? Also, wenn ich vor der Webcam bin, habe ich schon sehr viel Lust, ja. Also, es ist meistens so, dass ich dabei dann auch immer an bestimmte Dinge zurückdenke, also Fantasien im Kopf habe und dann mich da auch so ein bisschen auslebe. Es gibt da natürlich so ein, zwei Toys, die ich dafür gerne verwende, die machen mir dann besonders viel Spaß, aber teilweise kann ich es auch einfach so ohne Toy. Dussel fragt, was machst du alles vor der Webcam? Die Sachen, die ich da mache, sind aber teilweise ganz einfache Wünsche, die ich erfülle, ob es ist, mich jetzt als Prinzessin verkleide, irgendwie ein Beigleid anziehe, ob ich jetzt irgendwelche Fetische ausübe, Latex anziehe oder enge Leggings oder einfach Dessous, ob ich mit den Usern schnacke, also einfach ganz normale Gespräche führe, das ist teilweise echt über Stunden, aber natürlich gehört es auch dazu, dass ich vor der Webcam mir das mal selber mache und mit den Usern zusammen Spaß habe. Wie viele Stunden am Tag bist du online? Also, wenn ich so vor der Webcam bin, dann sind das so sechs bis acht Stunden. Fabio fragt, was waren die merkwürdigsten Wünsche deiner Zuschauer? Ich glaube, ich habe schon so viel erlebt, es ist immer schwierig auszuwählen, was das Komischste war, aber eins meiner Highlights ist auf jeden Fall der Fußsockentee. Da hatte jemand einen Fußpetisch und er hat sich so beschrieben, dass er eine Stinkersohlenkrankheit hat und halt nur geheilt werden kann durch das Elixier meiner Fußsohlen. Also musste ich halt ihm vorführen quasi vor der Webcam, dass ich halt Stinkersocken anhatte, daran also den Strumpf ausziehen, daran riechen, sagen, der stinkt ganz fürchterlich und den dann in eine Tasse tun und mit Wasser aufkochen quasi und ihm dann sagen, das ist das Elixier, was ihn heilt von seiner Stinkgesottenkrankheit. Avocado Ali möchte wissen, bist du immer Solo vor der Kamera? Es gibt natürlich Solo-Clips von mir, aber es gibt natürlich auch die Hardcore-Streifen, wie man sie so richtig aus dem Netz auch kennt. Die drehe ich dann entweder mit einer Frau oder mit Frau und Mann oder halt auch nur mit einem Mann. Das sind Amateur-Aufnahmen, das heißt, ich drehe fast nur Point of View, dass man quasi das Gefühl hat oder der User das Gefühl hat, dass er vor mir steht und ich halt unter ihm bin. Ich habe meinen Drehpartner, der hält die Kamera und wir haben dabei Spaß und deswegen Amateur, weil es meistens auch nicht immer irgendwie im Schlafzimmer stattfinden muss, sondern auch mal ganz spontan irgendwo am Rastplatz oder in irgendeinem Supermarkt oder sonst wo stattfinden kann. Trucker Kalle fragt, findest du es nicht komisch, eine Wichsvorlage zu sein? Die Männer könnten sich ja von einer x-beliebigen die Pornos anschauen oder in die Webcam gehen oder sonst was und dass sie es dann bei mir tun, finde ich, ist eher ein Kompliment. Ekelt dich das nicht manchmal an? Der Gedanke daran, dass sich jemand an mir aufgeheilt, den finde ich auch einfach geil. Was mich anekelt, sind halt so Sachen, wenn die Männer halt unter die Gürtellinie gehen, so überhaupt nicht mehr mich als Person registrieren. Wenn sie in die Webcam gehen und gleich sagen so, ja, zeig mal Titten oder mach mal dies oder mach mal das, das finde ich ganz schrecklich. Also man kann dann schon sagen, hey Hannah, hey, wie geht's dir, könntest du mir bitte? Also ich finde, so viel Manieren sollte jeder Mensch irgendwie noch haben. Originaler Stan fragt, wissen deine Freunde und deine Familie davon? Am Anfang war das natürlich deswegen auch mein Künstlername Hannah's Secret mein Secret und das durfte niemand wissen und ich wollte das auch nicht, dass das jemand weiß. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Nach einer Woche wusste es die ganze Stadt und leider, muss ich dazu sagen, wusste es meine Familie dann auch, bevor ich es denen mitteilen konnte, weil ich wollte es denen natürlich gerne selber sagen und sie haben es dann durch Stadtgespräche mitbekommen und das war natürlich erstmal eine Schocksituation für meine Familie. Gerade für meine Mutter war das nicht so einfach. Mittlerweile ist sie total cool damit, weil sie halt auch merkt, ich tue das, weil ich das möchte. Ich tue es aus freien Stücken. Mich zwingt keiner dazu. Ich habe Spaß daran. Ich verdiene ganz gut Geld damit. Auf der Arbeit war das halt, zum Glück muss ich sagen, ganz ganz lange so, dass es wirklich nicht rauskam. Ich weiß gar nicht, warum es so war, weil ich bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen schon zur Arbeit gegangen. Ich musste mal am Sekretariat vorbei und dachte so, okay, heute ist der Tag, heute ist der Tag, heute wirst du angesprochen, heute werden sie sagen, sie werden gekündigt, aber es war nicht so. Es war dann wirklich so, dass irgendwann, also wirklich so nach einem Jahr, ich habe es wirklich ein Jahr geheim gehalten, ein Kollege auf mich zukam und der meinte so, na Hannah, was dann so mit deinem schmutzigen Hauweh und dann wusste ich halt Bescheid. Aber das hatte ja gleichzeitig zu bedeuten, dass er halt auch auf dieser Seite aktiv ist und die Filme schaut. Aber da wusste ich Bescheid, dass jetzt der Punkt war, wo ich die Reißleine ziehen musste und mich entscheiden musste für entweder Krankenschwester-Dasein oder halt den Job als Pornodarstellerin. Und wie waren die Lästereien für dich? Also, das Schlimmste waren diese Stadtgespräche. Ich habe teilweise Screenshots aufs Handy bekommen irgendwie über WhatsApp von Freunden, vermeintlichen Freunden, die dann irgendwie natürlich von dieser Seite Screenshots gemacht haben, wo ich dann da irgendwie so nackt in Pose war oder so und wie kannst du nur und du Schlampe. Und das war für mich total schlimm. Da musste ich mich auch damals von vielen Leuten verabschieden und trennen. Aber auch, das war auch gut, weil ich auch gemerkt habe, dass das gar nicht richtig meine Freunde sind. Und die Leute, die halt immer noch zu mir stehen und immer noch da sind, also meine richtigen Freunde, die standen schon vor zehn Jahren hinter mir, die stehen jetzt auch immer noch hinter mir. Wenn man natürlich Outdoor dreht, passieren natürlich verrückte Sachen. Das passiert immer. Es ist auch noch nie irgendwie zu einer Anzeige oder so gekommen, aber man wird schon oft mal erwischt. Es ist dann auch ein Video zu sehen oder man musste den Dreh abbrechen. Je mehr man in der Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. Und dann gibt es da halt noch Unterschiede. Also der User kann selber wählen, wie er mich sehen möchte, ob er mich jetzt im Privatschat ganz für sich alleine haben möchte. Da bezahlt er dann natürlich ein bisschen mehr. Da kann ich mir den Preis auch selber auswählen. Oder ob er mich mit anderen im öffentlichen Chat sehen möchte. Also da bezahlt man so 1,49 Euro die Minute. Und ist dann aber halt mit ganz vielen anderen in einem Chat und sieht mich. Oder halt aber auch nur den Voyeur spielen möchte und einfach lauschen möchte, was passiert. Dann kann er im Privatschat zuschalten, aber nicht mit mir interagieren. Shiggy fragt, kannst du squirten? Ja, ich kann squirten. Das ist auch eine Kopfsache, da muss man sich erst drauf einlassen. Und viele Frauen haben halt, wenn sie kurz vor diesem entscheidenden Höhepunkt sind, wo diese Squirrung passiert, Angst irgendwie, dass zu viel rauskommt oder sie sich nicht fallen lassen können oder was da gerade mit ihrem Körper passiert und dann halten sie es zurück und können es nicht. Also um diese Blockade. Bei mir ist das halt nicht der Fall. Katzenlady fragt, hast du Stammzuschauer? Auf dem Portal habe ich mittlerweile über 15.000 Fans. Für die ist es so Hannah Primetime, sag ich einfach. Also wenn andere halt Fernsehen anmachen, irgendwie um 20.15 Uhr, dann schalten die halt Hannah ein. Und dann buhlen sie halt, wer zuerst kommt, mal zuerst, der kann ja mit mir im Privatschat und teilweise warten die auch Stunden, nur um mich dann nochmal zu sehen an dem Abend. Hat sich auch mal einer verknallt? Ja, verknallt tun sich auch schon so einige. Es gibt halt Mädchen auch, die flunkern und die lügen denen was vor, um da irgendwie das Geld zu sehen. Natürlich kann man nett und lieb mit denen sein, man kann denen auch sagen, man hat sie gern, aber man muss halt auch klar sagen, ich würde nicht irgendwie mit dir zusammenkommen oder so. Spaß haben ist das eine, aber mit Gefühlen spielen sollte man nicht. Amira Tobrak fragt, was sind deine Tabus? Also alles, was in Pädophilie geht, alles was mit Tieren zu tun hat, was mit Blut, mit Kot, mit Kotze oder Urin zu tun hat, sind für mich absolute Tabus. Oder zu krassen Sadomaso, da stehe ich auch gar nicht drauf. Also ich mag ganz gerne mal so eine kleine Devote-Rolle einnehmen, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ansonsten mag ich es schon gerne, dass ich Oberhand habe und dominant bin. Hast du auch mal konkret was abgelehnt? Ich musste auch schon mal tatsächlich mit einer Sache zur Polizei gehen, weil das mir so viel Bauchschmerzen gemacht hat. Das hat auch was mit Kindern zu tun. Und wenn natürlich solche Sachen sind, dann muss man sowas natürlich klar melden. Und da gibt es halt auch verschiedene Fetische, also gerade so auch dieses Zäpfchen-Ding, das finden die natürlich super süß. Und einer wollte halt auch mal, dass ich mir 16 auf die Brust male und sage, ich bin halt 16 quasi. Petra Ludwig fragt, bedienst du Krankenschwester-Fetische? Ich sehe das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Blickweise natürlich, weil ich weiß, was für ein harter Job das ist als Krankenschwester. Ich habe auch kein Krankenschwestern-Kostüm. Das ist halt immer noch so ein Klischee-Fetisch. Ich habe tatsächlich schon mal so Rollenspiele gemacht. Da musste ich mich als Psychiaterin quasi verkleiden und mit dem dann ein Gespräch führen. Aber so richtig diese Krankenschwestern-Fetische bediene ich nicht. Sinimini fragt, machst du Urlaub, wenn du deine Tage hast? Nein. Also ich finde das nicht so schlimm. Natürlich ist es schwierig mit dem Drehen. Aber ich muss ja dann auch nicht immer vaginal drehen. Ich könnte ja zum Beispiel auch einen Blotjob machen oder ein Analyse-Video. Jonathan fragt, sind die Orgasmen vor der Kamera echt? Es ist eigentlich immer so, dass wenn ich einen Orgasmus habe, dass der auch echt ist vor der Kamera. Es heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus habe. Manchmal ist es ja auch cool einfach nur Spaß zu haben dabei und dass es gar nicht dann zum Höhepunkt kommt. Wenn einer im Video entsteht, ist das schon real. Aber wenn es jetzt vor der Webcam ist, natürlich nicht den ganzen Tag. Das sage ich aber auch. Gerade wenn er jetzt irgendwie eine Minute drin ist und sagt, jetzt kommt für mich. Dann sage ich auch, wie denn jetzt bitte? Das wäre ja zu fake, wenn ich jetzt da so einen Orgasmus quasi bei jedem User irgendwie sechs Stunden lang hätte. Hast du einen Freund? Ich bin Single. Ich habe einen Drehpartner, mit dem drehe ich zusammen die Filme. Aber ich bin Single. Marcel Winkler fragt, wirkt sich dein Job als Webcam-Girl auf dein privates Sexleben aus? Nein. Also ich liebe Sex. Das ist wirklich das Gute und das ist auch das, warum ich mich natürlich für den Job entschieden habe. Ich liebe Sex. Ich bin super, super gerne sexuell aktiv. Ob es jetzt in der Webcam ist oder halt nach der Webcam, wenn der PC ausgeschaltet ist, dann habe ich auch genauso viel Lust immer noch auf Sex. Ich möchte auf jeden Fall keine Milf sein, die dann immer noch da tätig ist. Das habe ich mir ja immer gesagt. Es gibt natürlich viele in der Branche, die noch im höheren Alter dabei sind, die vielleicht selber Kinder haben. Aber das möchte ich dann doch nicht. Wenn ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt hier und abonniert den Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Franz sein Geld verdient als Cowboy, dann klickt hier. Da wird unten erstmal raus.